Heute habe ich Post bekommen, und zwar das neue Buch von Frank Schmidt. Und lieber Frank, vielen, vielen Dank, dass du mir das Buch zugesendet hast. Auch vielen Dank für deine lieben Worte, deine Widmung, die du dir reingeschrieben hast. Und ich freue mich schon riesig drauf und ich glaube, dass das sehr emotional wird. Ich habe eben die ersten Seiten einfach mal durchgeflogen und durchgeblättert. Und ja, das wird sehr, sehr emotional und ich freue mich drauf. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich das Buch auf einmal verschlingen werde. Wenn ich es gelesen habe, dann werde ich noch mal ein paar Zeilen dazu schreiben oder ein kleines Video aufnehmen. Aber ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass dieses Buch richtig, richtig gut sein wird. Wenn du also eine Literatur benötigst und einen Transfer vom Sportleben, das Learning daraus, was Menschen, Spitzensportler, in dem Fall auch Profis wie Frank Schmidt, daraus ableiten und in den Alltag transportieren können, da bin ich mir sehr sicher, dass dieses Buch genau das Richtige für dich sein wird. Wenn ich es gelesen habe, werde ich dir meine Meinung dazu mitteilen. Liebe Grüße und dir einen tollen Tag.